Mit einem Lächeln trete ich vor Dich hin. Ich bin Merlin und sehe, dass Du bereit bist, in das magische Heilfeld mit mir zu gehen. Ich sehe, dass Du Dich bereits ausgedehnt hast und unterstützende Energien in Deinem System fließen. Und so habe ich ein großes magisches Feld vorbereitet. Es ist das Feld der mystischen Heilenergie. Und Du, Du entscheidest selbst, wie tief Du in dieses Feld eintauchen möchtest. Denn es ist Deine Absicht und Dein eigener Wille, Dich mit Deiner Seele in dieses Feld zu begeben. So nehme einen tiefen Atemzug und dann setze die Absicht, in dieses Feld hinein zu gehen. Sofort beginnen Dich die Energien zu umkreisen und zu tragen. Aber ich, Merlin, werde nun ein Ritual für Dich vollziehen. So lege ich nun um Dich herum neun Heilsteine auf. Es sind die magischen Steine der Heilung, welche ich vorbereitet habe. Und ich lege sie um Dich herum im Kreise auf. Dann rufe ich herbei den großen Drachen, den feuerroten Drachen. Denn er wird jeden Stein mit seinem Feuer anhauchen. Und dies geschieht jetzt. So verbinden sich die Steine untereinander. erhöhen die Energie und tragen Dich, tragen Dich in die Heilung, vertiefen das, was bereits geschah. Und ich, Merlin, werde Dich nun da berühren, wo es für Dich wichtig ist, wenn Du mir den Impuls dazu gibst. Werde ich mit meinem magischen Stab der Heilung die Stellen berühren, welche Du mir zeigst. So bilden sich in jeder Körperzelle Die Gitternetze der göttlichen Ordnung verbinden sich untereinander. Und das magisch-mystische Heilfeuer beginnt durch Dich zu fließen. Mit jedem Fließen transformiert sich die Energie, welche Dir hinderlich ist. Mit jedem Fließen leuchten die Linien auf und bringen Dein System zum Erglühen. Das alles, was jetzt gelöst werden darf, wird sich lösen. Spüre, wie Du angehoben wirst, wie Dein Körper immer leichter wird. Denn alles Schwere wird entfernt. So fließt alles ab, was Dich belastet, was Dich hindert, ganz zu sein. Was Dich hindert, Freude zu haben. Die Strukturen, welche Dir Schmerzen bereiten, Dich müde machen, werden transformiert. Ich rufe die Meister der Magie. Sie werden für Dich tanzen. Und so beginnt der magische Tanz der Heilung für Dich. Höre die Töne der Wirklichkeit und öffne Dich für dieses Ritual. Höre die Töne der Mt. 5-4-2-0-1-2-0-1-2-0-1-1-4-1-2-0-1-2-0-1-2-0-1-3-2-0-1-2-0-1-2-0-1-1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In deinem Körper, zu dem Netz der göttlichen Ordnung, hell leuchtet dein System und schimmert in den Farben des Heilfeuers, der Magie. Neu ausgerichtet, so wie es für dich jetzt gut und richtig ist. Fühlst du Kraft und Stärke in dir, Zuversicht leuchtet in deinen Augen und du weißt, dass dies alles für dein allerhöchstes Wohl gewirkt hat. Und so trage ich dich sanft aus dem Kreis der heilenden Steine hinaus. Ich schaue dir in die Augen und du spürst meine tiefe Liebe und du spürst, wie du ein wenig mehr gewachsen bist. Und so gehst du aufrecht mit erhobenen Haupt. Vor dir steht der große Drache der Heilung, begutachtet deine Gestalt. Und du spürst vielleicht ein wenig Furcht oder du spürst eine ganz tiefe Liebe. Alles ist gut, so wie es ist und vielleicht hörst du mit deinen inneren Ohren die Wächter der Magie summen, denn sie summen deinen Namen. Und sie summen die magischen Töne der Heilung, welche dich nun zurückbegleiten in das Hier und Jetzt. Und sie summen die magischen Töne der Heilung, welche dich nun zurückbegleiten in das Hier und jetzt. Und sie summen die magische Töne der Heilung, welche dich nun nämlich aufrecht berühren. Und sie müssen die Magie summen.